Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Trainersuche vom 1. FC Kaiserslautern. Denn gestern wurde ja Dirk Schuster freigestellt. Ein Trainer, der natürlich in den vergangenen Monaten auch viel Erfolg gefeiert hat mit dem FCK, aber wo es eben auch in den vergangenen Wochen für Thomas Hengen und Co. in die falsche Richtung gelaufen ist. Deswegen kam diese Entscheidung trotzdem durchaus zu überraschen. Zwei Tage vor dem Spiel gegen Magdeburg. Dort wird es wohl also erstmal eine Interimslösung geben. Nächste Woche steht aber auch direkt das Pokalspiel an gegen Nürnberg. Gut vorstellbar, dass dann auch schon ein neuer Trainer im Amt ist. Bislang gibt es ja zwei, drei konkrete Namen, über die wir auch hier und heute sprechen. Aber ich habe auch nochmal auf dem Trainermarkt geschaut, wer denn tatsächlich Sinn machen könnte für Lauteren und wer wirklich gut reinpassen kann. Thomas Hengen selber hat da schon so ein bisschen das Profil beschrieben. Es braucht auf jeden Fall einen Trainer, der logischerweise diesen Verein lebt, der bereit ist, diese Emotionalität auch mit einzubeziehen, der sicherlich aber auch Spiele entwickeln kann und womöglich auch weiterhin eher auf eine Dreierkette baut. Ich habe mal nach Trainern gesucht und fünf Kandidaten für euch mitgebracht. Und natürlich müssen wir auch auf die zwei, drei konkreten Namen eingehen, die so gehandelt werden. Und einer davon ist ja Miroslav Klose. Und über ihn möchte ich jetzt hier mal als erstes sprechen. Er wurde ja gestern Abend von Sky ins Spiel gebracht, die ja wiederum auch dementiert haben, dass es Enrico Maaßen wird. Also Maaßen nehmen wir hier auf jeden Fall schon mal raus. Miroslav Klose, aber natürlich auch damit komplett rein. Klose ist natürlich einer, der den ersten FC Kaiserslautern sehr, sehr gut kennt. Denn unser Weltmeister von 2014 wurde ja beim FCK zum Profi und kennt somit den Verein. Er war ein sehr erfolgreicher Spieler und ich denke mal, da haben wir noch alle noch sehr, sehr positiv im Bedächtnis. Umso schwieriger ist es meiner Meinung nach aber auch, ihn als Trainer zu bewerten. Denn er hat natürlich bei vielen großen Vereinen auch hospitiert, mehrere große Trainer hat kennengelernt, war ja auch dann Co-Trainer unter Joachim Löw beim DFB. Auch nachher dann beim FC Bayern Co-Trainer und wollte dann gerne Cheftrainer werden. Es gab damals unter anderem auch konkretes Interesse von Fortuna Düsseldorf. Dann gab es aber eine Erkrankung bei Klose, wodurch er das erst zurückstellen musste. Und dann hat er sich für den Weg nach Österreich entschieden zu Alltag. Das war seine erste Cheftrainer-Position und sicherlich kann man im Nachhinein sagen, da ist er dann doch eher gescheitert. Man hört aber auch, Alltag ist ein Verein, der kaum finanzielle Mittel hat. Da war damals schon klar, das wird schwierig, diesen Verein überhaupt erfolgreich führen zu können. Und deswegen kann man da jetzt vielleicht nicht Klose komplett alles vorwerfen. Er wollte da auf jeden Fall auch durchaus Ballbesitzfußball spielen lassen, was rein von der fußballerischen Idee meiner Meinung nach zu sehr weg von dem wäre, was Kaiserslautern tatsächlich braucht. Vielleicht will er den auch gar nicht so krass explizit spielen lassen, wenn er es übernehmen sollte. Aber ich fände, es wäre nicht der richtige Weg, für Lautern jetzt komplett irgendwie von gegenpressigen Umschaltfußball auf Ballbesitzfußball zu gehen. Das wäre für mich auf jeden Fall mal der falsche Weg. Zudem gibt es auch Kritik oder Sorge daran, ob Miroslav Klose denn als Typ ein richtiger, perfekter Kandidat ist für diese Trainer-Position. Für mich ist er eben auch keiner, der zwingend vorne weg geht. Es wäre für mich auf jeden Fall insgesamt ein großes Risiko. Ich wollte ihn logischerweise trotzdem mit reinnehmen, finde aber dann die vier anderen Kandidaten, die ich mitgebracht habe, deutlich passender. Und einer davon wurde bislang auch noch nicht gehandelt von den Medien und das ist André Breitenreiter. Er ist natürlich kein Unbekannter, hat auch in Fußball-Deutschland bislang als Trainer viel erlebt. Und ich glaube, jeder von euch kennt André Breitenreiter. Hier ist natürlich dann erstmal die grundsätzliche Frage, sieht er sich überhaupt? In der zweiten Bundesliga kann Lautern ihm ein solches Gefühl vermitteln, dass diese Aufgabe reizvoll für ihn ist. Denn wenn man einen Trainer wie Breitenreiter bekommen möchte, der zuletzt Bundesliga-Trainer bei Hoffenheim, zuvor Meister wurde in der Schweiz, da muss man ihm sicherlich schon auch die Aufgabe geben, Lautern mittelfristig in die Bundesliga zu führen und dafür eben auch Mittel zur Verfügung stellen. Nur mal grundsätzlich, wenn man eben auch dann einen solchen Trainer haben möchte. Denn manche Fans haben auch über Namen wie Bo Svensson, Urs Fischer, Oliver Glasner, Ralf Hasenlund diskutiert. Das ist für mich ein Regal, das ist nicht realistisch. Breitenreiter könnte es aber sein, ist für mich insgesamt schon ein interessanter Name. Denn er lässt guten Fußball spielen, auch durchaus den Fußball spielen, den man sich auf dem Betzenberg so vorstellt, mit hohem Pressing, mit vor allen Dingen aber auch eben Power nach vorne. Und hat ja vor allem auch in seinen letzten Jahren bei Hoffenheim und in der Schweiz bei Zürich immer mehr auf die Dreierkette gesetzt. Das passt eben auch genau zu dem, was Hengen in der Medienrunde so gesagt hat, auch wenn natürlich seine Zeit bei Hoffenheim am Ende nicht so wirklich gut gelaufen ist. Er ist aber für mich ein wirklich guter Typ, der auch richtig vermehrt auf junge Spieler bauen kann. Und ich finde, da ist er auch lauter ein Klub für, wo das auch sehr, sehr gut funktioniert. Und zudem kennt er natürlich auch die zweite Bundesliga. Und wenn man da mal auf seine Vita so drauf schaut, auch Zürich war rein unruhigmäßig gesehen kein einfacher Verein. Schalke sowieso nicht, auch Hannover damals nicht. Also er kennt unruhige Vereine und vor allem eben auch emotionale Vereine. Und kann sicherlich auch damit dann bei lauter mit dem Publikum mit vielleicht noch ein Ticken mehr Druck. Aber eben auch, dass vielleicht diese Emotionalität für sein Spiel nutzen, um dann auch erfolgreich sein zu können. Also André Breitenreiter würde ich auf jeden Fall mal anfragen. Und dann war da ja gestern noch ein Name, der direkt ins Spiel gebracht wurde vom Kicker. Und das ist Michael Wimmer. Er war ja am Anfang seiner Trainerkarriere Jugendtrainer in Nürnberg, beim 1. FC Nürnberg. Dann Co-Trainer am FC Augsburg, sowie beim VfB Stuttgart. Und hat er dann dort im letzten Winter für Pellegrino Matarazzo übernommen. Er wurde beim VfB Stuttgart Interimstrainer. Hat auch durchaus überzeugt und trotzdem, trotz starker Punktausbeute, nicht das Vertrauen bekommen. Für ihn war damit aber klar, er möchte gerne Cheftrainer werden. Er will nicht mehr Co-Trainer sein und hat dann Außenträger Wien übernommen. Dort leistet er bislang auf jeden Fall einen guten Job. Man ist durchaus zufrieden mit ihm. Und was hier auf jeden Fall interessant ist, ist seine Spielweise. Denn Michael Wimmer ist ein Trainer, der auf aggressives, frühes Pressing geht. Auf Power nach vorne, also wenn man an den Ball hat, dann stürmen wirklich auch alle nach vorne. Wenn man ihn aber auch dann verliert, hat er es mittlerweile geschafft, auch die Defensive so zu stabilisieren, dass es eben auch hinten funktioniert. Bei Wien ist man zwar aktuell eher im unteren Bereich der Tabelle unterwegs. Das liegt aber auch daran, dass man finanziell kaum Möglichkeiten hatte, den Kader zu verstärken. Viele von euch kennen ja zum Beispiel Tabakovic von der Hertha. Er war in der vergangenen Saison auch sein Top-Stürmer, konnte überhaupt nicht ersetzt werden. Und deswegen läuft es eben da auch nicht ganz so gut. Insgesamt haben wir hier aber auf jeden Fall einen Trainer, der komplett zur Idee vom Fußball von Thomas Hengen passt. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, er hatte halt einen laufenden Vertrag bei Austria Wien. Also man müsste ihn dort rauskaufen. Und in Wien ist man grundsätzlich mal zufrieden mit seiner Arbeit. Also hier müsste auf jeden Fall ein bisschen Geld fließen. Für mich ist das aber auch wiederum ein Trainer, der wirklich gut passt. Also rein vom Alter, rein von dem, was er vielleicht schon an Erfahrung hat, aber eben auch noch an Erfahrung sammeln wird, passt das finde ich schon ganz gut rein. Denn ich sehe bei Lauten jetzt nicht irgendwie einen Uwe Neuhaus oder einen Bruno Labbadia. Solche werde ich hier auch gar nicht vorschlagen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und dann eben eher Kategorie Enrico Maaßen, jüngerer Trainer, wie eben beispielsweise auch dann Michael Wimmer. Eine gute Mischung aus dem, was ich vorhin beschrieben habe, bringt für mich auch Thomas Reiß mit. Und der ist, wenn ich dann genau darüber nachdenke, echt passend für diese Position. Denn wir haben hier einen Trainer, der die zweite Bundesliga in- und auswendig kennt. Der eben auch schon gezeigt hat, eine Mannschaft wie den VfL Bochum, auch eher als Außenseiter hochführen zu können in die Bundesliga, hat es ja auch dann dort geschafft, die Klasse zu halten. Danach hat er einen unruhigen Klub wie Schalke angeführt und dort ja auch in der vergangenen Rückrunde eine richtig starke Punkte aus Beute hinbekommen. Klar ist natürlich auch, seine letzte Zeit bei Schalke am Anfang der Saison war nicht erfolgreich. Das lag an ihm, das lag am Kader, das lag an den Transfers. Da muss er natürlich auch ein bisschen aufarbeiten, was da schiefgelaufen ist. Aber, und das ist für mich klar, seine Idee vom Fußball, die passt wirklich perfekt zum Kader. Einziges Manko ist vielleicht da, dass er keine Dreierkette spielen lässt. Das will er nicht, das möchte er nicht. Er ist einer, der ganz klar auf eine Viererkette baut. Er kann aber laut Hans Kader möglicherweise auch spielen. Er ist ja auch eher ein unbequemer Typ, der vielleicht auch ein bisschen knurriger rüberkommt, aber der eben auch sehr emotional ist. Und ich finde, damit passt er auch perfekt auf den Betze und doch perfekt zum Geschäftsführersport Thomas Hengen. Er ist auch sofort zu haben. Es ist vor ein paar Tagen rausgekommen, dass ein Vertrag auf Schalke auch schon aufgelöst wurde. Sprich, man muss ihn nirgends rauskaufen. Man kann direkt mit ihm verhandeln und ich bin mir sicher, dass Thomas Hengen, Thomas Reis auch auf jeden Fall kontaktieren wird. Und da man abkloppt, was dort auf jeden Fall möglich ist. Ich bin überzeugt davon, Thomas Reis kann Lautern auf das nächste Level führen. Und dann wäre da noch ein weiterer ehemaliger Schalke-Trainer. Und auch den erachte ich als sehr passend für Lautern. Und das ist Dimitrios Gramozis. Ich denke mal, viele von euch kennen ihn. Hat ja Schalke damals noch in der Bundesliga übernommen, konnte den Abstieg nicht verhindern, war aber auch nicht mehr die Zielsetzung. Und hat es eben dann geschafft, Schalke in der zweiten Bundesliga zumindest mal so zu stabilisieren, dass man im Aufstiegskampf in die Richtung gekommen ist. Klar, am Ende wurde er entlassen. Man ist vor allem dank der krassen Serie unter Mike Büskins aufgestiegen. Aber das halte ich, Gramozis ist immer noch sehr zugute als Schalke-Fan. Er hat es geschafft, nach diesem krassen Abstieg, nach diesem krassen Abfall von Schalke, diesen Klub wirklich zu stabilisieren. Und erstmal wieder was Gutes reinzubekommen. Zuvor war er ja auch Chefcoach bei Darmstadt. Das war seine erste Schrift in der Position. Zuvor war er beim VfL Bochum. War auch in der Jugend bei verschiedenen Positionen aktiv. Und in Darmstadt hat er ja damals sogar von Dirk Schuster übernommen und hat eben auch die Lilien in den Aufstiegskampf geführt. Und deswegen hat man eben auch da schon gesehen, er kann zweite Liga, er kennt die zweite Liga. Bei Schalke hat er einen unruhigen Verein geführt. Auch wenn da zum Beispiel dann wiederum der Fußball kritisiert wurde, weil es jetzt nicht der schönste Fußball war. Aber Gramozis ist einer, der eigentlich immer auf eine Dreierkette setzt, der auch eher dafür steht, defensiv stabil zu stehen, nach vorne über Umfallmomente zu kommen, frühes Gegenpressing zu aktivieren. Und vor allem ist er auch einer, der junge Spieler entwickeln kann und auch nicht davor zurückscheut, dann einfach mal einen jungen Spieler reinzuschmeißen. Und ich finde, das passt auf jeden Fall schon sehr gut. On top hat er ja auch selber als Spieler für lauter fünf Jahre gespielt, auch mit Hängen zusammen. Und deswegen spricht meiner Meinung nach auch sehr, sehr viel für Dimitrios Gramozis. Und somit sind das mal meine fünf Trainervorschläge für den ersten FC Kaiserslautern. Natürlich habe auch ich noch über weitere Namen nachgedacht. Ich fand zum Beispiel auch Tobias Schweinsteiger sehr interessant, weil ich seine Arbeit in Osnabrück weiterhin wirklich gut finde. Da hat es transfertechnisch einfach nicht ganz gut zusammengepasst. Enrico Maaßen wäre auch interessant gewesen, wobei ich da sogar andere nochmal einen Ticken passender einschätze. Timo Schulz hatte ich noch auf meiner Liste, Wück oder auch Kübauer. Aber am Ende habe ich mich für diese fünf entschieden, weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass es hieraus dann tatsächlich auch einer werden kann. Klar, Miroslav Klose und Michael Wimmer sind auch die beiden Namen, die von den Medien am meisten gespielt werden. Aber wenn es keiner von den beiden wird, kann ich mir tatsächlich an den Breitenreiter und vor allem auch Thomas Reis und Dimitrios Gramozis sehr gut beim FCK vorstellen. Und jetzt interessiert mich mal eure Meinung dazu. Welcher Trainer ist euer Favorit bei Lautern? Was denkt ihr zu meinen fünf Kandidaten? Schreibt all das mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. 渡